ähm hallo und herzlich willkommen zurück zum netzplay ähm terraria ja natalie kann es sein dass wir einen neuen typen haben wo der wo mir steht wer bist du shop alle verkauft dynamit bion ich hab nur bomben hübscher bomben bomben kann haben wurde mal das würde ich jetzt mal machen egal ob es mir jetzt 50 selber gekostet hat aber ich meine die bombe nicht hier und zuhause mit kommt okay warte warte das ist keine bombe das dynamit ich sehe nichts warte mal komm einfach runter okay bleibt das blätter blätter bleibe doch ja das was dynamit ja toll wie komme ich jetzt hier hoch ich komme hoch ich will den rum ballern boom boom jungen boom scheiße ja ab voll mit granaten weggebombens junge ich habe mich gesprengt wo bist du ich bin da oben du kleiner penner was hast du gemacht das war aus versehen aus versehen ich gebe dir aus versehen wird man hier das das ist für dich das setzte ins grüne rein der ganze rennen weiß durch das rennt jetzt muss ja und wie geht das jetzt einfach nach links irgendwann rennt so kann ich nicht fliegen weil du nicht fliegen kannst bist nicht alle gucke ach die ist abgekackt naja passiert ist schon standard hier keine aufnahme ohne abkacken ja ja so da oben wollten wir wasser rein machen dafür brauchen wir einmal dafür habe ich das jetzt mal gesammelt das tue ich jetzt mal erstmal hier sortieren silber brauche ich noch den bombentusch rein das stein tue ich auch hier runter ähm ne die bomben können wir brauchen noch ähm ähm silberbomben dirt können wir runter tun dann die statue runter und hallo willkommen zurück das gold bleibt mal oben glas runter die erste kann oben runter wami weg nein so jetzt tun wir mal hey du musst du hinten drin diese diese türmteile da musst du vielleicht auch noch nachbauen sie doch die sind auch kaputt welche halt da hinten was da hinten was da hinten ja das ist da hinten äh ach so ja ähm ja die säulen ja boah das geht mir auf den keks in die anderen und um meine bude laufen geht jetzt wieder zurück in eure bude man hat sich irgendwo noch gold hatte ich nicht irgendwo noch gold da ja eine goldbahn kupfer holz hab ich hier drinnen erde ich hab ein hofen erde ey voll erdig jo junge so ein bisschen so und hier noch so ach das ne einmal 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 da ist einmal so du lädst nicht durch meine bude du sollst oooooh ich will nicht die graften la oh junge ich schwör willst du mich aufregen meine türen weg Was hat denn mit meiner Tür gemacht? Ich wusste nicht. Alter, meine Tür ist weg. So ein blöder Penner. Irgendwas mit meiner Tür gemacht. So, wo ist denn jetzt der Eimer? Habt ihr gerade einen Eimer gehabt? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der blöde Penner meine... Und so, was gemacht haben wir denn? So, ich geh mal Wasser holen. Für was brauchst du Wasser, wenn ich fahren darf? Mal gucken. Mal gucken. Nein, ich weiß schon wofür. Mhm. Ich kann das eigentlich aussehen weggesprengt hab. Mal gucken. Mal gucken. Ist doch nur das Wasser. So, jetzt noch Wasser. Ich brauch noch einmal. Wo haben wir den Essentrum? Oh, das Wasser braucht ja auch drauf. Stimmt ja. Aber jetzt ist es auch immer gut ist, in der Höhle mal so Wasser mitzuhaben. so und jetzt noch einmal ja genau so ich habe ein bisschen wasser da oben auf dem dach gemacht vielleicht wird es jetzt zu krass was man hat da oben oder habe ich hier unten reingeschmissen zusammen ich durfte hier unten reingeschmissen wo bist du nein die blaue armee und hier wird man das gold kann ich mal behalten daraus mache ich mir jetzt einen hammer wenn ich genug habe ja ein goldener hammer wie kann man denn ach so kann man nicht prüten irgendwie habe ich jetzt in die Weg zu wenig holzgeboten ist um Junge so zwei Stück ach da sind die dieser sie so um das wasser also es ist ich wollte ja mal hier das reparieren so und da oben ist jetzt was wachsen mal gucken wann klug mal ja nicht aber wir brauchen ja acht gold für den komischen meining was eine banking bank ich brauche stein da brauchst du das ich kann nichts für stein habe ich genug aber komm jetzt kannst du mir ein ding bauen was halt hier warte mal ein falschen heini du brauchst noch holz dazu stimmt so hast du jetzt ja so tue ich mal das ganze das ganze zeug rein die bombe nehme ich jetzt mit ich tue sie rumspringen die einmal kann ich hier kann man nicht einmal kann man nicht da bin warum habe ich hier selber ich habe da drüben selber reingetan oder ja ich bin schon irgendwie blöd ich habe mir eine workbench gebaut dabei habe ich äh naja welche ok ähm willst ein kurzes ähm silberschwert ich habe ein goldenes landes schwert ach so ok dann mach ich mir das silberne ist halt noch mal kann da kann ich mir eigentlich theoretisch auf ein goldenes machen oder ich soll in achten an der ich habe kein deutsch mehr stimmt ach ha 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 mach ich mir das silberne angst wird ich hatte mal eins auf eins hui oh da drüben wenn die böse wären ja ja so sag nicht du hast die süßen häschen getötet doch nein häschen was geht das mal was ja ach man hier sind auch häschen ich muss sagen nein nein sie kommen rein ich bin ich bin wirklich das die anderen durch meine türe laufen hm wie bitte ich bin auch das dass die durch meine türe laufen hm ja stell dir vor ich stehe da unten in der kiste für irgendwas machen dann kommt der penner rein Macht auch irgendwas. Ist Vollmund. Glauben der und ich. Warum? Sind die böse geworden? Nein, aber der sieht so groß und zockt sich aus. Doch, es ist Vollmund. Oh oh. Oh, zum Glück hab ich die Hasen getötet. Wieso? Sonst wären die jetzt böse. Komm, suchen wir Hasen. Ich will unbedingt ein Sehen. Ich glaube eher, dass jetzt die Hasen nicht da sein werden. Ja, toll, ich bin hier oben unter der Erde. Die Party nehmen, der blau. Ja. Neu, wo bist denn du? Ich komm mit. Stirb doch, stirb doch. Nein. Wo bist du denn? Oh, puh. Nein. Oh, nur der Erde. Ah, ich weiß nicht, wo ich seh. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Der wird zuerst dumm, wenn der mit der Helm. Geh weg. Oh, der kommt zu mir runter. Oh. Du rechts, ich links. Oh, jetzt weiß ich, was ich hier mal baue. Neu, picke. Au. Scheiße, scheiße, ich sehe nichts. Wie kann ich denn das trinken? Ah, so kann ich das trinken. Ehe, wo bin ich denn? Ach, hier. Warte, ich brauch Stein. Ach so, nein, ich brauch doch keinen. Warte mal. So. ist doch nur stein oder? ja und, aber hier? ja dann nehme ich die hier drüben also ich würde sagen, dass wir alle Arte, die wir finden, dass wir die aufteilen, dass jeder gleich viel hat, weil ich habe hier z.B. Eisen gefunden ok bau das jetzt mal ab weißt du, dass wir die Ohren nachher einfach aufteilen, eine 2 und dann hat jeder gleich viel ja das ist irgendwie fairer ok jetzt sieht das eben noch eine Höhle, aber waren wir da schon? ich glaube schon oh Gott, da sind 2 gute Slimes ich glaube ich schaffst du der links war es schon mal oh Gott ey das war dann knapp du wirst wie früher das gelackt hat Sven so ähm Sand noch viel, das hat gedauert, eh das mal unten war das haben die auch gefixt echt beim letzten Update ich weiß gar nicht welche Version ist denn das jetzt? äh Beta äh wie ist immer noch Beta? ich weiß nicht die 1.1 oder so ich glaube schon, ja mal gucken genau ich geh mal weiter ich geh hoch ich geh hoch eh ab abbauen jo mach das boah es hat sich jetzt voll gelohnt wegen einem äh Schopper oh 3 Totsches da ist Gold wo denn? da unten da unten oder ist das ah ne das war nur durch das ähm Dings durchs Leuchten so so Golden ob das Eisen? naja das sieht aus wie Eisen schopper schopper ah da ist auch was jo geh doch mal schon mal da oben gucken da unten h h hier unten da hat ein gelber Slime nicht geschehen das hier da unten Ich wette mit dir so, dass der zu mir kommt. Stopp doch! So, komm, komm her. So. So. Hä, wieso auch so? Ich bin ja beim Schwert. Warte, du machst jetzt nichts. Jo. So, und jetzt brauch ich meinen Bogen. Ich bin auch in den Bogen. Ja, aber du kannst ja nicht hier in der Luft checken bleiben. Was ist denn meine? Komm her, komm her. Komm, komm her. Doch. Bis zum nächsten Mal.